Hallo zusammen und herzlich willkommen hier bei Free Truth Media. In diesem Beitrag geht es heute um das Thema Long Covid. Ja, der Herr Lauterbach bringt Long Covid immer in Verbindung mit der Impfung. Er sagt, die Impfung schützt vor Long Covid. Er lässt auch keine Möglichkeit aus, die Leute vor Long Covid zu warnen und hat jetzt auch einen runden Tisch Long Covid veranstaltet. Dort hat man sich mit Fachleuten, Spezialisten ausgetauscht, Erkenntnisse ausgetauscht und danach gab es eine Pressekonferenz vom Bundesgesundheitsminister Lauterbach unter anderem. Und wir haben uns die Pressekonferenz angeschaut und wir haben uns auch mal mit dem Thema Long Covid beschäftigt. Und ja, die Frage ist, was weiß man darüber? Was gibt uns das Bundesgesundheitsministerium für Antwort auf unsere Fragen, die wir gestellt haben nach dieser Pressekonferenz vom Bundesgesundheitsminister Lauterbach? Und ja, was steckt dahinter zwischen Long Covid und Post weg? Was? Wie stehen diese beiden eventuell in Verbindung? Wir versuchen es zu klären und so schaut es aus, wenn der Herr Lauterbach am runden Tisch Long Covid sitzt. Hier ein Ausschnitt bzw. ein Bild vom Bundesgesundheitsministerium. Das BMG veranstaltete den runden Tisch Long Covid. Die Frage, wie wir in der Gesellschaft mit Long Covid umgehen sollen, beschäftigt Medizin, Wissenschaft, Wirtschaft und Politik Prof. Dr. Karl Lauterbach, Bundesminister für Gesundheit, lud daher Expertinnen und Experten sowie Betroffene zu einem runden Tisch ein. Am 12. September 2023 kamen erkrankte Patientenvertreterinnen und Vertreter, Behandelnde, Forschende, Arbeitgebende, Versichernde und politisch Verantwortliche in Berlin zusammen, um Handlungsbedarfe rund um die Versorgung von Erkrankten zu diskutieren. Und wir alle erinnern uns immer wieder an die Instagram-X-Posts von Herrn Lauterbach. Unter anderem hier zum Beispiel, als er jetzt sich hat kürzlich impfen lassen. Sein Post am 18. September mit folgendem Text. Heute angepasste Covid-XBB-Impfung durch Oberstärztin Müller im Bundeswehrkrankenhaus bekommen. Die erste Impfung dort. Impfung schützt vor schweren Verläufen und Long-Covid. Das ist hier die Aussage vom Herrn Lauterbach. Covid ist keine harmlose Erkältung, sondern kann zu bleibenden und schweren Schäden führen. Das war jetzt kürzlich am 18. September mit wieder der Aussage, Impfung schützt vor schweren Verläufen und Long-Covid. Er bleibt also immer noch bei seiner These. Ab und zu ändert er es ab, auch in Statements und sagt, könnte, schützt eventuell, aber dann haut er wieder auf Twitter einen raus. Oder hier am 9. September in der Tat gute Nachrichten. Der angepasste Impfstoff würde daher auch gut gegen die besonders stark veränderte und potenziell gefährlichere SARS-CoV-Variante schützen. In weniger als zwei Wochen kommt er in die Praxen, weshalb nicht sein Long-Covid-Risiko durch Impfung senken. Also 9. September heißt es senken. Am 18. September sagt er, schützt vor. Und wir alle erinnern uns auch noch an die Posts zum Beispiel vom 24. Juni 2022, wo es um die Nebenwirkungen von Impfungen ging. Da hat das Bundesgesundheitsministerium Folgendes getwittert. In seltenen Fällen kann es zu Nebenwirkungen nach der Corona-Schutzimpfung kommen, die als Post-Vac-Syndrom bezeichnet werden. Das Risiko an Post-Covid zur Kranken ist jedoch deutlich höher. Die Impfung ist und bleibt ein sicherer und wirksamer Schutz vor schwerer Erkrankung. Und dann stellt man eben das Post-Vac-Syndrom und Post-Covid gegenüber. Was ist der Unterschied? Als Post-Vac-Syndrom bezeichnet man seltene Nebenwirkungen, die nach der Impfung gegen Covid-19 auftreten. Und als Post-Covid werden Beschwerden bezeichnet, die noch nach drei Monaten nach der Corona-Virus-Infektion bestehen und mindestens zwei Monate lang anhalten und wiederkehren. Post-Covid, Long-Covid. Also all das hängt irgendwie zusammen. Post-Vac, Long-Covid, Post-Vac-Syndrom und Post-Covid und Long-Covid. Und man blickt es ja gar nicht mehr. Wie hängt das zusammen? Was ist da gemeint? Was weiß man darüber? Und ich möchte noch einmal einen unvergessenen Twitter-Tweet oder Twitter-Post vom Herrn Lauterbach in Erinnerung rufen. Noch im Jahr 2021, genau am 14. August, schreibt er auf Twitter, stimmt und zusätzlich geht es darum, weshalb eine Minderheit der Gesellschaft eine nebenwirkungsfreie Impfung nicht will, obwohl sie gratis ist und ihr Leben und das vieler anderer retten kann. Daher bin ich pessimistisch, was freiwillige Opfer für den Klimaschutz betrifft. Das nur noch mal so zur Erinnerung. Aber zurück zum Rundentisch Corona. Um das Ganze einordnen zu können, möchte ich natürlich das Eingangsstatement der Pressekonferenz nach dem Rundentisch des Long-Covid-Rundentisches euch nicht vorenthalten und wir schauen uns das zusammen an, was der Herr Lauterbach dann dort erzählt hat. Der wichtige Runde heute gehabt, eine Veranstaltung, die genau zum richtigen Zeitpunkt stattgefunden hat. Zunächst einmal Long-Covid ist nichts, was von der Pandemie übrig geblieben wäre, jetzt abgearbeitet werden muss und dann weg ist, sondern in der Tat diejenigen, die an Long-Covid erkrankt sind. Für sie haben wir nach wie vor keine Heilung. Für diejenigen, die nach einem Jahr noch schwere Symptome haben, es sind viele, ist auch die Prognose einer spontanen Heilung gering. Somit haben wir viele Schwererkrankte. ME-CFS ist die am meisten gefürchtete Ausprägung, aber es gibt sehr viele schwere Erkrankungen, die zur Invalidität bei jungen Frauen, für Frauen sind gerade in jüngeren Jahren stärker betroffen. Wir haben über die wissenschaftlichen Hintergründe, darüber haben wir uns ausgetauscht, haben wir darüber geredet und auch Erkenntnisse gewonnen. Wir haben auch die Erkenntnis zum Beispiel gewonnen, dass diejenigen, die schon Long-Covid gehabt haben oder es vielleicht noch haben, wenn sie sich wieder infizieren, dass dann die Wahrscheinlichkeit, dass das Long-Covid sich verschlimmert oder also zumindest noch länger wirkt, dass diese Wahrscheinlichkeit also steigt. Wir wissen, dass man Long-Covid auch nach Impfung bekommen kann. Daher werden wir mehr Long-Covid-Fälle bekommen, denn es werden sich viele jetzt auch im Herbst und Winter wieder infizieren, trotz Impfung und also die Impfung schützt vor Long-Covid, aber sie schützt nicht perfekt. Das Thema wird uns noch lange Zeit begleiten. Die Zeit für diese Veranstaltung war heute gut, weil wir haben in den letzten Monaten sehr viele Erkenntnisse gewonnen, wie Long-Covid eigentlich funktioniert. Es ist eine Erkrankung, eine organische Erkrankung. Es ist also keine Erkrankung der Psyche im Sinne, dass das organisch alles in Ordnung wäre und man hat eine psychische Erkrankung, sondern eine organische Erkrankung, wo wir die Grundlagen auch immer besser verstehen. Über diese Grundlagen haben wir heute sehr einvernehmlich diskutiert, auch mit der Beteiligung internationaler Expertinnen und Experten. Ich bin sehr dankbar, dass für die Arbeit, die wir hier im BMG bei dieser Sachlage machen, dass uns dort die ständige Unterstützung des Teams von Frau Scheibenbogen immer zur Seite steht. Auch vielen Dank, dass Sie heute so viel Zeit mit uns verbracht haben und so wichtige Anregungen gegeben haben. Was macht das BMG? Was ist unsere Aufgabe? Was wollen wir erreichen? Hier ist zunächst einmal, wir werden weiter informieren über Long-Covid. Das machen wir auf unserer Website und im Rahmen auch unserer Hotline. Wir werden evidenzbasiert informieren. Was ist der jetzige Stand der Wissenschaft? Was wissen wir über Virus, also Partikel, die noch im Körper eines Long-Covid-Patienten sind? Was wissen wir über T-Zell-Aktivierung? Was wissen wir über die Medikamente? Wir werden also diese Informationen weitergeben. Zum Zweiten, wir werden also auf der Ebene G7 und G20 weiter dafür arbeiten, dass Long-Covid ein Forschungsthema ist. Das habe ich mir zum wichtigen Thema meiner eigenen G7-Präsidentschaft als Gesundheitsminister gemacht. Das haben wir damals in das Abschlussdokument bekommen. Das ist jetzt auch bei G20 auf unsere Initiative noch aufgenommen worden. Somit wir werden dafür sorgen, dass international mehr Geld für Forschung für Long-Covid zur Verfügung steht. Wir werden aber auch in Deutschland mehr Forschungsgelder benötigen. Wir haben derzeit nur 40 Millionen zur Verfügung, 20 Millionen aus meinem Haushalt und 20 Millionen vom gemeinsamen Bundesausschuss. Ich werde versuchen, in den Haushaltsverhandlungen, die jetzt anstehen, weitere 60 Millionen zu gewinnen, sodass wir das ursprüngliche Ziel, 100 Millionen für Long-Covid-Forschung, doch noch erreichen. Deutschland braucht 100 Millionen Euro für die Long-Covid-Forschung. Das ist ein Minimum dessen, was wir benötigen. Wir haben fantastische Grundlagenwissenschaftler in Deutschland. Frau Scheibenbogen, Ihr Team, Herr Schiefer, Frau Bernhard, Frau Behrens, wir haben sehr gute Grundlagenwissenschaftler. Es fehlt aber an Geld für die Versorgungsforschung. Und diese 100 Millionen Euro, die würden hier ein Segen sein, der weit über Deutschland hinausgeht, weil von dieser Forschung würden auch international viele Betroffene profitieren. Schließlich der nächste Punkt. Wir machen ein Medizinforschungsgesetz. Dieses Medizinforschungsgesetz wird es erlauben, dass Universitäten sehr viel schneller eigene klinische Studien durchführen. Wir haben im Moment bei Long-Covid sehr viele Hypothesen, was wirken könnte. Wir haben aber keine Studien, die jetzt beweisen, ob es wirkt oder also die Hypothese verwerfen. Es gibt einfach vieles, was derzeit untersucht werden könnte im Rahmen von kontrollierten klinischen Studien, randomisiert, kontrolliert oder nicht randomisiert. Und dafür werden wir im Medizinforschungsgesetz, was wir in wenigen Wochen vorstellen werden, die Voraussetzungen setzen, insbesondere auch das sogenannte NUM-Netzwerk. Das ist ein Netzwerk der Universitätskliniken, die dort zusammenarbeiten auf einer Plattform, wo klinische Studien dann besonders schnell entwickelt werden können. Und wir wollen dann auch erreichen, dass wir schnell beginnen können. Ein letzter Punkt. Ich habe Herrn Bruch vom BfArm gebeten, eine Kommission zu gründen für den Off-Label-Use für Long-Covid. Wir haben sehr viele Medikamente, wo wir jetzt wissen, dass sie für Long-Covid-Betroffene wirken. Sie werden aber in Deutschland nicht eingesetzt, weil sie dafür keinen Off-Label-Use-Charakter derzeit haben. Das muss sich ändern. In Schweden wird sehr viel besser Long-Covid schon behandelt, weil diese Medikamente dort eingesetzt werden können. Wir wissen durch unsere Spezialisten und Spezialisten, was wirken kann bei demjenigen, der optimal als Patient geeignet ist. Aber die Medikamente haben keine Zulassung und eine solche Zulassungsliste wird das BfArm in meinem Auftrag herausarbeiten, sodass wir auch in Deutschland einfach viel mehr Medikamente, viel mehr Therapien dann einsetzen können für diejenigen, die erkrankt sind. Das ist der erste Gipfel, der erste Rundeticht dieser Art gewesen. Wir werden das auswerten und werden dann eine Folgeveranstaltung organisieren, wo wir dann weitergehen. Wie gesagt, im Moment sieht man immer klarer, wie Long-Covid funktioniert. Wir haben aber noch nicht die Therapien. Das ist auch der Sachstand einer ähnlichen Veranstaltung gewesen in den Vereinigten Staaten. In Santa Fe kam man zu ähnlichen Ergebnissen. Mich hat es heute ein Stück weit beeindruckt, dass wir nach drei Stunden Diskussion im Wesentlichen dann hier in Deutschland einen ähnlichen Erkenntnisstand, wenn auch nicht alles positiv ist, weil die Herausforderungen im Vordergrund stehen, aber dass wir einen ähnlichen Erkenntnisstand auch in unserer Runde gewinnen konnten, wie er in Santa Fe gewonnen werden konnte. Und wir werden darauf aufbauen und werden die Long-Covid-Patienten in Deutschland nicht im Stich lassen. So, das war das Eingangsstatement vom Herrn Lauterbach nach dem runden Tisch. Und ja, es ist immer das Wort Long-Covid, Long-Covid, Long-Covid. Und auch hier wieder in dieser Pressekonferenz hat er bestätigt, anders als in seinem Twitter-Tweet, dass man trotz der Impfung Long-Covid bekommen kann. Und wir holen uns nochmal den Twitter-Tweet mit hierher, weil es immer wichtig ist, das Ganze natürlich immer nochmal zu bestätigen und anzugucken. Er schreibt hier ganz klar am 18. September 2023, heute angepasste Covid-XBB-Impfung durch Oberstärztin Müller im Bundeswehrkrankenhaus bekommen. Die erste Impfung dort, Impfung schützt vor schweren Verläufen und Long-Covid. Da sagt er, sie schützt in seiner Pressekonferenz, sagt er dann, man kriegt es trotzdem, trotz Impfung. Aber man sagt immer nur Long-Covid, Long-Covid. Ich zeige jetzt mal, wie Post-Vac mit Long-Covid in Verbindung steht. Das ist nämlich ein sehr interessantes Thema, denn eigentlich müsste er Long-Covid-Post-Vac-Syndrom gleichermaßen mit der gleichen Wichtigkeit behandeln, was er aber nicht tut. Und hierzu schauen wir uns mal einen Artikel vom Ärzteblatt an. Erschienen Donnerstag, 29. Juni 2023, Post-Vac-Syndrom mehr als die Hälfte der weltweiten Fälle in Deutschland registriert. Das Paul-Ellich-Institut hat seit dem Beginn der Schutzimpfung gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 Ende 2020 bislang 1.452 Meldungen über Verdachtsfälle von Impfnebenwirkungen erhalten, die als Post-Vac-Syndrom eingestuft werden. Das geht aus dem jetzt veröffentlichten Bulleter des PAI zur Arzneimittelsicherheit hervor. In der Statistik enthalten es in demnach alle Fälle bis zum 31. März 2023. Der zeitliche Abstand von den Impfungen sei dabei jeweils unterschiedlich. Weiter heißt es in dem Bulleter zu den möglichen Post-Vac-Syndromen. Die Symptome ähnelten denen bei Long- oder Post-Covid-Patienten. Und hier ist genau der springende Punkt. Sie sind fast identisch. Das heißt, wie kann man denn jetzt zwischen Post-Vac und Long- oder Post-Covid unterscheiden, wenn die Symptome sehr, sehr identisch bis gleich sind. Und hier noch ein Artikel erschienen bei SWR Wissen. Auch sehr spannend, wo man sich eben mit dem Thema Post-Vac auseinandersetzt. Wie verbreitet sich das Post-Vac-Syndrom? 3.7.2023. Krank durch Corona-Impfung. Wer unter dem seltenen Post-Vac-Syndrom leidet, erlebt Kopfschmerzen, Atemnot, chronische Müdigkeit und zum Teil auch schwerwiegende Nebenwirkungen. Das Phänomen ist noch wenig erforscht. Wie verbreitet ist die Erkrankung und was kann man tun? Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach erntete für seine Aussage im August, die Corona-Impfung sei nebenwirkungsfrei. Viel Kritik habe ich euch gezeigt, diesen Twitter-Tweet. Die Impfung gilt bislang als eine der effektivsten Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie. In sehr seltenen Fällen kann eine Impfung auch zu teils schwerwiegenden Symptomen führen. Auch Karl Lauterbach, selber abprobierter Arzt, fordert jetzt, dass Post-Vac-Syndrom, auch Post-Vac-Syndrom genannt, besser untersucht werden müsse. In dem Kasten sagt man noch, was ist das Post-Vac-Syndrom? Der Begriff Post-Vac-Syndrom wird in den Medien als Sammelbegriff für anhaltende gesundheitliche Beeinträchtigungen infolge einer Covid-19-Impfung verwendet. Auch Medizinerinnen und Mediziner sprechen mittlerweile von dem Syndrom. Eine spezifische medizinische Definition. Ein sogenannter MedDAR-Term, also Medical Dictionary for Regulatory Activities, zur einheitlichen Klassifizierung und Registrierung der unerwünschten Nebenwirkungen gibt es allerdings nicht. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Post-Vac-Syndrom treten später und intensiver als Impfreaktionen auf. Laut Robert-Koch-Institut gehören Schmerzen an der Einstichstelle, Ermüdung, Kopfschmerzen, Muskelschmerzen, Schüttelfrost zu den normalen Reaktionen auf eine Impfung mit dem in Deutschland zugelassene mRNA-Covid-19-Impfstoffe. Anders als bei direkten Impfreaktionen kommen die Symptome bei Post-Vac meist erst zwei bis drei Wochen nach der Impfung zum Forschern erklärt Professor Bernhard Schiffer, Leiter der Post-Vac-Ambulanz am Uniklinikum Marburg. Und jetzt auch wieder wegen der ähnlichen Symptomatik zu Long-Covid, also den anhaltenden Beschwerden nach einer Corona-Infektion, wird das Post-Vac-Syndrom teilweise medial auch als Long-Covid nach Covid-19-Impfung bezeichnet. Häufig treten Kopfschmerzen, Migräne, Schwindelübelkeit, aber auch Herz-Kreislauf-Beschwerden und Bewegungsstörungen auf so Schiffer. Aber auch schwere Nebenwirkungen, wie zum Beispiel Hirnvenenthrombosen, Lähmungserscheinungen, Herzbeutelentzündungen oder chronische Erschöpfungszustände können in sehr seltenen Fällen nach einer Corona-Impfung auftreten. Plötzliche Nebenwirkungen, die erst Jahre später auftreten, wurden bislang bei keinem jemals entwickelnden Impfstoff festgestellt und sind auch nach einer Corona-Impfung nicht zu erwarten. Auch eine spannende Aussage. Warum ist es so schwierig, eine Diagnose zu stellen? Das Post-Vaccine-Syndrom ist zum Glück sehr selten, aber das ist auch ein Grund, warum die genauen Ursachen noch nicht gefunden wurden. Bei manchen Betroffenen sind Entzündungswerte stark erhöht, bei anderen gibt es fast gar keine Auffälligkeiten und bei so unterschiedlichen Befunden ist es schwer, standardsführende Diagnoseverfahren zu entwickeln. Aber natürlich wird dazu geforscht, vor allem wie die Krankheit entsteht. Über die Ursachen kann bisher nur spekuliert werden. Möglicherweise werden durch die Impfung bisherige Virusinfektionen reaktiviert. Wie zum Beispiel das Epstein-Barr-Virus, vermutet Professor Carmen Scheibenbogen von der Charité in Berlin, die übrigens auch bei dieser Pressekonferenz nach dem runden Tisch dabei war, im Gespräch mit NDR Info. Auch bestimmte Antikörper sind im Verdacht, doch wissenschaftliche Publikationen gibt es dazu bisher noch nicht. Risiko für Long-Covid wesentlich höher als für Post-Vac. Wie häufig das Syndrom nach einer Impfung tatsächlich vorkommt, lässt sich aktuell noch nicht sagen, wenn überhaupt grob schätzen. Laut Sicherheitsbericht des Paul-Ellichens dazu gibt es 0,29 Verdachtsfälle von schwerwiegenden Impfnebenwirkungen pro 1.000 Impfungen, welche durch die Behörde registriert werden. Wirklich lang anhand der Symptome wie beim Post-Vac-Syndrom sind wahrscheinlich seltener. Konkrete Zahlen zum Post-Vac-Syndrom werden nicht genannt. Aus einem Bericht von Pfizer und BioNTech lassen sich etwa konkrete Zahlen abschätzen. Fachleute sehen die Wahrscheinlichkeit bei 0,2 Prozent. Zum Vergleich von Long-Covid sind laut der Weltgesundheitsorganisation 10 bis 20 Prozent der Genesenen betroffen. Das Risiko, länger anhaltende Beschwerden zu bekommen, ist also nach einer Corona-Infektion um ein Vielfaches höher als nach einer Corona-Impfung, sagt man hier. Das Post-Vac-Syndrom tritt auch nach anderen Impfungen auf. Bei den Corona-Impfungen gibt es wegen der vielen durchgeführten Impfungen eben auch mehr Post-Vac-Fälle. Aber der Anteil der Fälle ist laut der Europäischen Arzneimittellangentur nicht ungewöhnlich hoch. Die Behörde hat dazu Daten aus 36 Staaten ausgewertet und keine Auffälligkeiten entdeckt. Und jetzt kommt der wichtigste Part und der leider erst wieder weiter unten immer in diesen Artikeln. Geringe Datenlage, jeder kann Impfnebenwirkungen melden. Die Verdachtsfälle auf das Post-Vac-Syndrom nach einer Corona-Impfung nehmen zu. Das berichtet das Paul-Ellich-Institut in einer Stellungnahme gegenüber dem SBR im Juli 2022. Jedoch lasse sich davon allein kein direktes Risikosignal ableiten, heißt es weiter, denn in der Mehrzahl der deutschen Meldungen wurde die Diagnose nicht ärztlich bestätigt. So die Stellungnahme. Die behandelnden Ärztinnen und Ärzte können aber ihrer Meldepflicht meist nur schwer nachkommen, meint Epidemiologe Dr. Klaus Stöhr. Für das Ausfüllen der entsprechenden Formulare benötigt ein Arzt pro Patient im Schnitt 20 bis 30 Minuten, für die er keine adäquate Vergütung bekomme. Man dürfe auch nicht vergessen, so Stöhr gegenüber dem SBR, dass noch nie in so kurzer Zeit so viele Menschen geimpft wurden. Es fehle bislang die Infrastruktur, um Nebenwirkungen dann auch angemessen nachzuverfolgen. Daher ruft das Paul-Ellich-Institut auch Betroffene dazu auf, Impfnebenwirkungen selbst online oder telefonisch an das Institut zu melden, mit dem dringenden Hinweis zur Diagnose und Behandlung der Symptome umgehend einen Arzt oder eine Ärztin aufzusuchen. Dann sagt man noch, wir können Betroffene Hilfe finden. Und ja, das ist mal so ein Post oder ein Artikel wieder gewesen, wo man wieder sagt, hey, die Symptome sind gleich oder sind ähnlich, um das vorsichtig auszudrücken. So genau definiert man es noch gar nicht, dieses Postwerk. Was man aber genau definiert, ist eben dieses Lohn-Covid, obwohl es sehr identisch ist. Es ist also ein sehr, ein sehr heikles Thema. Und nur noch mal, um so Hotlines und so weiter in Erinnerung zu rufen, die gab es nämlich auch in Bayern. Und da ist Folgendes passiert. Diesen Artikel hatten wir auch schon in einer Sendung hier bei Free Truth Media. Hotline für Corona-Impfschäden in Bayern überlastet. 4. April 2023. Die neue Hotline für Corona-Impfschäden in Bayern war zum Start völlig überlastet. Das erklärte eine Sprecherin des Bayerischen Gesundheitsministeriums der Augsburger Allgemeinen. Das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit hat demnach gestern nur gut ein Drittel der Anrufe bearbeiten können. Die Resonanz war noch größer als erwartet, sagte die Ministeriumssprecherin. Insgesamt habe das LGL bereits am ersten Tag der Hotline rund 280 Anrufe erhalten. Davon hätten jedoch nur rund 100 durchgestellt werden können. Und die Schichten sollen deshalb nun personell verstärkt werden. Die sogenannte Postwerk-Hotline bietet demnach keine individuelle medizinische Beratung, sondern soll eine Lotsenfunktion für allgemeine Informationen geben. Und die Rückmeldungen zeigten laut Ministeriumssprecherin, dass vor allem Bürgerinnen und Bürger mit großem Leidensdruck aufgrund einer langen Krankheitsgeschichte mit zum Teil ausgeprägter Symptomatik und schweren Verläufen angerufen haben. Also soviel zu der Nebenwirkungsmeldung Post-Vac-Syndrom. Aber dieses Post-Vac-Syndrom findet eben in der Öffentlichkeit bei der Nennung nie so oft statt wie das Long-Covid, was der Herr Lauterbach hier immer, immer wieder von sich gibt. Und das ist so ein Widerspruch, denn woher weiß man es, ob es Post-Covid oder Post-Vac-Syndrom ist? Man weiß es eigentlich nicht so genau. Und wir haben beim Bundesgesundheitsministerium mal nachgefragt, ob wir uns vielleicht irren und man weiß doch viel mehr, als man uns preisgeben möchte. Und hier sind die Fragen, unsere Fragen und dann die Antworten des Bundesgesundheitsministeriums. Und die erste Frage, die wir dem Ministerium gestellt haben, beziehungsweise die ersten zwei, waren folgende. Zum umgenannten Thema haben wir nachfolgende Fragen an das Bundesgesundheitsministerium. Gibt es eine genau erfasste Zahl der an Long-Covid erkrankten Personen? Und wenn ja, woher stammt diese Zahl? Also wie genau wurde diese Zahl erfasst? Oder schätzt man diese Zahl im Moment noch? Denn wenn man dem Herrn Lauterbach so zuhört, ist die Zahl enorm. Und man weiß es auch genau. Also fragen wir mal nach, wie genau weiß man es? Und die Antwort kam auch vom Bundesgesundheitsministerium. Frage 1 und 2 werden gemeinsam beantwortet. Eine konkrete Zahl der an Long-Covid erkrankten Personen liegt nicht vor. Die bisher dazu durchgeführten Studien gehen von einem Anteil von 6 bis 15 Prozent Long-Covid-Betroffenen nach einer SARS-CoV-2-Infektion aus. Vergleich hierzu auch die PubMed und so weiter. Die ganzen Studien und so weiter findet ihr alle in der Filmbeschreibung der Vollständigkeit halber. Bitte selber auch nochmal anschauen. Also man sagt hier aber ganz klar, eine konkrete Zahl gibt es nicht. Und nachdem ja auch Post-Vac und Long-Covid sehr ähnlich sind, aber man für Post-Vac noch gar keine Definition bei den Ärzten hat, kann man dann doch nicht von einer definitiven Zahl ausgehen. Die weiteren Fragen zu diesem Thema ans Bundesgesundheitsministerium von uns. Gibt es eine genaue Unterscheidung von Long-Covid erkrankten Personen bezüglich geimpft oder ungeimpft? Denn der Herr Lauterbach sagt ja immer, hey, Impfung schützt nicht 100 Prozent, aber auf alle Fälle gut und Ungeimpfte laufen da voll ins Risiko rein. Also inwieweit weiß man das genau? Und das haben wir gefragt. Und die Antwort vom Bundesgesundheitsministerium war, hierzu liegen dem Bundesgesundheitsministerium für Gesundheit keine Informationen vor. Das heißt, auch hier stellt man etwas in den Raum, ohne es tatsächlich zu wissen. Nochmal die Frage. Gibt es eine genaue Unterscheidung von Long-Covid erkrankten Personen bezüglich geimpft oder ungeimpft? Also sortiert man die nach Status? Du bist ungeimpft, du bist geimpft. Der eine hat mehr, der andere hat weniger Long-Covid. Nein, da liegen dem Bundesgesundheitsministerium absolut keine Informationen vor. Also eigentlich auch wieder eine Behauptung ins Blaue. Leider. Und die nächste Frage, die wir gestellt haben, auch sehr wichtig. Um wie viel Prozent reduziert ein vollständiger Impfschutz, die Gefahr an Long-Covid zu erkranken. Der Post von Herrn Lauterbach, der letzte am 18. September, der hat gesagt, hey, schützt die Impfung total. Wie wir wissen, hat er es dann in der Pressekonferenz wieder etwas anders ausgedrückt. Aber wir sind gespannt auf die Antwort und die lautet folgendermaßen. Es gibt Hinweise, dass eine vollständige Impfung gegen Covid-19 die Häufigkeit von Long-Covid-Symptomen reduzieren kann. Dann hat man hier verschiedene Studien eingefügt, die wir uns natürlich auch angeschaut haben. All diese Studien findet ihr selbstverständlich in der Filmbeschreibung. Schaut sie euch durch. Und der Abschlusssatz vom Bundesgesundheitsministerium war, es kann jedoch noch keine abschließende Aussage über Ausprägung und Dauer der Wirkung getroffen werden. Also auch hier weiß man es nicht. Und wir nehmen jetzt mal noch so ein, zwei Studien in den Blick und gucken mal, was da so als Abschlussbemerkung da drinnen steht. Inwieweit die Studien eben das untermauern, was der Herr Lauterbach auch immer über die Impfung im Zusammenhang mit Long-Covid sagt. Ich möchte euch jetzt mal diese Studie vorlesen. Wie gesagt, alle Studien, die uns das Bundesgesundheitsministerium genannt haben, findet ihr in der Filmbeschreibung bitte alle nochmal selber durchlesen und sich sein eigenes Bild machen. Hier zum Beispiel in dieser Studie Hauptergebnisse. Wir fanden keine randomisierten, kontrollierten Studien, aber 16 Beobachtungsstudien lieferten Ergebnisse zu Long-Covid. Sechs der acht Studien mit zwei oder mehr Impfdosen, die vor der Infektion mit SARS-CoV-2-Virus verabreicht wurden, ergaben eine signifikante Verringerung der Long-Covid-Raten. Bei nur einer Impfdose war ein ähnliches Ergebnis weniger eindeutig. Drei der fünf Studien zur Impfung nach der Infektion zeigten einen signifikanten Rückgang bei Patienten mit Long-Covid, aber keine zeigte einen Schaden der Impfung. So schreibt man sie. Aufgrund unzureichender Daten konnten wir keinen Dosis-Wirkungszusammenhang untersuchen. Alle 16 Studien waren nicht randomisiert und bei den meisten wurde ein mäßiges bis kritisches Risiko einer Verzerrung festgehalten. Daher sind hier zusammengefasste Beweise von geringer Sicherheit. Stärken und Schwächen der Studie kann man sich da noch anschauen. Die Stärken unserer Überprüfung waren die Suche in mehreren Datenbanken nach veröffentlichten, einschließlich Preprints und unveröffentlichten Artikeln sowie Berichten zur öffentlichen Gesundheit. Wir haben das Risiko einer Verzerrung der eingeschlossenen Studien kritisch bewertet, um die Hauptquellen der Verzerrung zu identifizieren. Unsere Studien hatten mehrere Einschränkungen. Die größte Herausforderung bei der Durchführung dieser Überprüfung war die Validität der Long-Covid-Diagnosen in den eingeschlossenen Studien. In den meisten Studien wurde eine Langzeit-Covid-Diagnose auf der Grundlage der Zeitspanne erstellt, in der Symptome von den Teilnehmern gemeldet wurden oder auf Daten aus elektronischen Gesundheitsakten und ICD-10-Codes und nicht wie erwartet auf Daten von medizinischem Fachpersonal. Die Studien verwendeten auch unterschiedliche Cut-off-Zeiten für Long-Covid. Die kürzeste Zeit betrug 28 Tage nach einer Infektion mit dem Virus, halten viele Symptome wie zum Beispiel Müdlichkeit routinemäßig länger als einen Monat an. Obwohl der WHO Delphi-Konsens über die Definition von Long-Covid dringend erforderlich war, könnte die mangelnde Kenntnis der Definition durch Gesundheitsfachkräfte die Diagnose von Long-Covid und damit reale Daten zu Long-Covid verhindern. Das war mal nur so ein Auszug aus einer Studie, auf die man jetzt so ein großes Programm aufbaut. Und der Herr Lauterbach möchte ja 100 Millionen für die Forschung an Long-Covid bereitstellen, aber irgendwie vergisst man immer dieses Postwerk, nachdem es doch identisch ist und auch einiges in den Studien doch sehr, ja, noch überprüfungswürdig ist, nennen wir es mal so. Herr Lauterbach möchte ja 100 Millionen in die Forschung zu Long-Covid investieren. Und unsere Frage war, wie steht es im Verhältnis zu anderen Forschungsgebieten? Und hierzu unsere Frage noch eine Nachfrage zu der Summe von 100 Millionen, die Minister Lauterbach für die Forschung an Long-Covid organisieren möchte. Wie hoch ist die Summe, die der Forschung zum Beispiel an Krebs zur Verfügung gestellt wird? Die Antwort des Bundesgesundheitsministeriums im Jahr 2022 wurden im Rahmen der Ressortforschung 6,5 Millionen Euro vom BMG für die Krebsforschung zur Verfügung gestellt. Also 100 Millionen für Long-Covid und 6,5 Millionen für Krebs. Obwohl Long-Covid-Postwerk ja immer noch nicht so identifiziert ist. Auch das ist eine enorme Summe. Und wir haben dann nochmal nachgefragt, ob man auch dem Postwerk-Syndrom die gleiche Aufmerksamkeit schenken möchte in Zukunft. Auch hier hat uns das Bundesgesundheitsministerium eine Antwort geliefert. Die Frage lautete, ist es auch geplant, im selben Ausmaß wie bei Long-Covid auch das sogenannte Postwerk-Syndrom zu erforschen oder die gleiche Aufmerksamkeit zu widmen? Und daraufhin die Antwort, das BMG wird ab 2024 im Rahmen eines mehrjährigen Förderschwerpunkts die versorgungsnahe Forschung zu Long-Covid fördern, die versorgungsnahe Forschung zu Long-Covid fördern. Von dem Long-Covid-Förderschwerpunkt werden auch ME-CFS-Patientinnen und Patienten sowie Menschen mit länger andauernden Beschwerden im zeitlichen Zusammenhang mit einer Covid-19-Impfung profitieren, die Long-Covid-ähnliche Symptome haben. Ein eigener Förderschwerpunkt speziell zum sogenannten Postwerk-Syndrom ist nicht geplant. Dann haben wir noch eine Nachfrage gestellt. Da sich die Symptome von Long-Covid und Postwerk sehr ähnlich sind, wird hier überhaupt zwischen Long-Covid und Postwerk unterschieden oder schmeißt mal alles in einen Topf. Der Begriff Postwerk-Syndrom stellt bislang keine definierte Bezeichnung einer Erkrankung dar, sondern ist ein insbesondere in Deutschland verwendeter Sammelbegriff für sehr unterschiedliche Gesundheitsstörungen im Zusammenhang mit Impfungen. Der Begriff Long-Covid umfasst längerfristige gesundheitliche Beschwerden nach der Ansteckung mit dem Coronavirus SARS-CoV-2, die über die akute Krankheitsphase von vier Wochen hinausgehen. Das war die Erklärung vom Bundesgesundheitsministerium zu diesen Fragen. Und wir schauen uns jetzt nochmal den Abschluss der Pressekonferenz nach dem runden Tisch an. Denn da hat ein Reporter, dem Herrn Lauterbach, eine wirklich interessante Frage gestellt, beziehungsweise zwei schauen wir uns noch an. Einmal vom RTL-Reporter und dann noch die letzte. Denn da hat der Herr Lauterbach nochmal so einiges rausgehauen und auch da haben wir dann nochmal nachgefragt. Also seid gespannt. Wir hören uns mal kurz an, was der RTL-Reporter zum Beispiel den Herrn Lauterbach noch in der Pressekonferenz gefragt hat. So, jetzt kommt eine Nachfrage von einem RTL-Reporter, die meiner Meinung nach sehr, sehr interessant ist. Herr Bering von der RTL, ganz hinten in der letzten Reihe. Es geht um Covid nach Infektionen und nach Impfung. Also Postwag wird da eigentlich bei der Forschung und bei den Expertengruppen differenziert oder läuft das parallel? Wir haben heute auch eine Vertreterin der Postwag, also Selbsthilfegruppen, dabei gehabt. Und in der Tat, wenn das Krankheitsbild ein ähnliches ist, dann wird nicht danach gefragt, war das jetzt eine Impfung oder war es die Erkrankung? Das ist ganz klar. Wir haben also in der Regel ähnliche Ausprägungen, aber nicht so stark ausgeprägt bei denjenigen, die nach Vakzinierung also erkranken. Aber das Krankheitsbild kann sich ähneln und wenn das Krankheitsbild sich ähnelt, wird nicht danach gefragt, also was ist die Ursache, was ist der Hintergrund, sondern werden dann alle gleich behandelt. So, also sehr, sehr spannend. Man fragt dann nicht nach dem Hintergrund, woher es kam, sondern man behandelt beide gleich, weil es ja sehr identisch ist, aber unterschieden wird nicht. Also auch hier nochmal bestätigt. Und auch die letzte, vorletzte Frage, was glaube ich in der Bundespresse, Entschuldigung, Bundespresse, in dieser Pressekonferenz zum Runden Tisch war sehr, sehr interessant. Auch die hören wir uns noch zusammen an. Also der Reporter hat im Vorfeld mal gefragt, wie es jetzt Winter ausschaut und so weiter. Und da sagt der Herr Lauterbach, oder er macht folgende Aussagen zum Schluss dieser Pressekonferenz. Ja, die muss man auch gehört haben. Ja, vielen Dank für diese Klarstellung. Das, wie gesagt, wird eine wichtige Liste werden. Wir werden wirklich die Versorgung von Long-Covid-Patienten, was die Symptome angeht, deutlich verbessern können. Weil vieles von dem, muss man ja auch sagen, wird anderswo schon eingesetzt. Und wir sind da wirklich spät dran. Die Situation ist wie folgt zu beschreiben. Covid ist keine Erkältungskrankheit. Das ist einfach, man kann nicht sagen, es wäre eine Erkältung. Wenn Sie sich jedes Jahr ein- oder zweimal erkälten, nehmen Sie davon in der Regel keinen dauerhaften Schaden. Wenn Sie aber jedes Jahr eine Covid-Episode haben, dann können wir zum jetzigen Zeitpunkt auch einen kumulativen Schaden leider nicht ausschließen. Sie haben jedes Mal die Gefahr eines schweren Verlaufes. Und Sie haben jedes Mal die Gefahr, Long-Covid zu entwickeln. Und wenn Sie schon mal Long-Covid hatten, ist die Wahrscheinlichkeit da, dass das Long-Covid nicht nur zurückkommt, sondern dass es gravierender verläuft. Und somit ist Covid einfach eine schlechte Krankheit. Man will es nicht haben. Und ich rate daher jedem, der durch die STIKO-Empfehlungen erfasst wird, tatsächlich zur Impfung. Weil damit reduzieren Sie Ihre Wahrscheinlichkeit eines schweren Verlaufes. Und damit reduzieren Sie auch Ihre Wahrscheinlichkeit, Long-Covid zu bekommen. Das ist die Impfung wert aus meiner Sicht. Und zum Zweiten, der jetzt wieder steigenden Inzidenz, ist es natürlich so, dass gerade diejenigen, die Risikofaktoren haben, gerade diejenigen, die also schon einmal eine längere Episode gehabt haben, da rate ich auf jeden Fall zum Maskentragen. Wenn also die Fallzahlen steigen können, dass Maskentragen auch zum Abwenden anderer Infektionskrankheiten natürlich eine sehr gute Maßnahme sein. Und schließlich, also das Infektionssystem funktioniert nicht wie die Oberarme. Je mehr die Oberarme benutzt werden, desto mehr Muskeln sind da, desto kräftiger werden die Oberarme. Sondern leider ist es so, je häufiger das Abwehrsystem in Anspruch genommen worden ist, desto schwächer wird es in der Regel. Und in der Tat ist man zumindest unmittelbar nach einer Infektion geschwächt, auch anfälliger für andere Infektionserkrankungen. Und bei schwer verlaufenden Infektionen kann auch eine bleibende, also Verschlechterung der Immunitätslage die Folge sein. Somit ist es falsch, am Beispiel irgendeiner Infektionserkrankheit, das Immunsystem zu trainieren wie die Oberarme. Und es ist insbesondere falsch, das bei Covid zu tun, weil davon hat niemand irgendetwas. Sie haben das Risiko, schwer zu erkranken. Sie haben das Risiko, ihr Immunsystem zu schwächen, manchmal auch dauerhaft. Wir werden das bei der T-Zell-Aktivierung bei einer Untergruppe der Patienten ganz klar sehen. Und sie tragen auch noch das Risiko, dass sie andere infizieren, die dann möglicherweise Risikofaktoren tragen und noch schwerer erkranken. So, da steigen wir aus. Also die Aussage ist klar, das Immunsystem kann nicht trainiert werden. So, er sagt aber auch, wenn man Covid hat, Übertragung etc. massgeschützt. Er sagt auch in irgendeinem Zusammenhang wieder mal, dass man eben auch dann, wenn man Covid hat, andere gefährdet usw. Also es ist alles sehr, sehr durcheinander. Und ich bitte euch eines, schaut euch die Pressekonferenz auch nochmal voll an, hört euch das wirklich an, macht euch euer eigenes Bild. Aber bezüglich des Immunsystems haben wir dann auch nochmal beim Bundesgesundheitsministerium nachgefragt. Auch diese Antwort möchte ich euch noch zeigen. Unsere Frage lautete, in der Pressekonferenz erwähnte Minister Lauterbach, dass eine erfolgte Erkrankung zum Beispiel an einer Grippe das Immunsystem nicht trainiert. Hierzu unsere Frage, woher kommt dann die in der Bevölkerung vorhandene Immunität, von der ja auch immer gesprochen wird? Ist es also falsch, dass der Körper nach einer durchgemachten Infektion Antikörper bildet und somit sich selber vor einer erneuten Infektion schützt? Das Bundesgesundheitsministerium antwortete. Frage 1 und 2 werden gemeinsam beantwortet. Immunität wird entweder durch das Durchmachen einer Infektionskrankheit oder eine Impfung erworben. Während und nach einer Infektion werden durch das Immunsystem in der Regel Abwehrmechanismen aufgebaut, unter anderem Antikörper, die einen gewissen Schutz unterschiedlicher Ausprägung und Dauer gegen eine erneute Infektion bieten. Also, sie widersprechen hier dem Bundesgesundheitsminister, der sagt, das Immunsystem kann sich nicht trainieren. Und hier sagt man, doch, es kann es. Also, es ist schon sehr suspekt und sehr skurril. Und das war jetzt mal der runde Tisch Long-Covid, das Wort Long-Covid, Post-Covid, Post-Vac und wie man das alles nennen möchte. Ich möchte einfach mit diesem Beitrag heute mal aufzeigen, dass es doch sehr viele, ja, ich sage mal, Informationslücken gibt, wo man sagt, man wirft jetzt zum Beispiel Post weg und Post- oder Long-Covid in einem Topfen unterscheidet nicht. Man sagt aber auf der anderen Seite, Geimpfte sind davon mehr betroffen, Ungeimpfte sind davon mehr betroffen, als geimpftes Bundesgesundheitsministerium bestätigt. Aber das weiß man nicht. Mün führt ein paar Studien an, die ihr euch bitte auch nochmal alle durchschaut oder durchlest, um selber da euch nochmal euer Bild zu machen, die aber dann doch auch immer wieder Lücken aufweisen. Aber man suggeriert doch immer hier der breiten Öffentlichkeit das Problem, die Panik über Post- bzw. Long-Covid. Aber man vergisst eben, dass Post-Werk eventuell auch gleich da das gleich sein könnte. Also es ist ein sehr, sehr schwieriges Thema. Und ich möchte oder ich wollte euch halt einfach mal diese, ja, Widersprüche so ein bisschen aufzeigen. Aber ganz wichtig, macht euch bitte euer eigenes Bild. Schaut euch nochmal die Informationen alle an. Lest euch die Studien durch, schaut auch nochmal die Pressekonferenz im Ganzen an. Es soll hier kein Cherry-Picking beschrieben werden. Es ist eine Zurverfügungstellung von Informationen, von Fakten, die so in der Pressekonferenz und auch in den Medien genannt wurden. Aber es ist immer wichtig, dass man dann nochmal dahinter schaut und sich es nochmal selber durchliest, selber so ein eigenes Bild macht, um dann zum Schluss aufgrund von den Informationen auch eine Entscheidung treffen zu können oder sich eine Meinung bilden zu können. Das war es von mir von Free2Media. Ich hoffe, wir konnten euch das gut zusammenfassen, auch wenn es ein schwieriges Thema ist und man mit Sicherheit Sendungen von zwei, drei Stunden darüber machen könnte. Es bleibt ein spannendes Thema und wir bleiben weiter dran und fragen für euch nach. In diesem Sinne sage ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, der hier bei Free2Media, euer Dirk.